Heute wechseln wir das Korn an einer Feinbergbau-Luftpistole Modell LP-102. Mittels eines Schlitzschraubendrehers schrauben wir die vordere Schraube des Korns heraus. Nun können wir den Korneinsatz durch leichtes Wackeln entfernen. Nun können wir das neue Korn einsetzen und verschrauben. Jetzt ist das neue Korn montiert und kann eingeschossen werden. Vielen Dank. Vielen Dank.